Hattet ihr auch einen anderen Traumberuf oder wolltet ihr schon immer DJs werden? Ja, Traumberuf, also ich hab natürlich was gelernt, wie hoffentlich jeder. Ja. Ne, ich hab mich schon ziemlich früh für Musik begeistert und auch für das DJ-Ding. Also eigentlich ist ja alles aus einer DJ-Idee entstanden und nicht daraus, selber Musik eigentlich zu machen. Ich wollte eigentlich so, bei mir war es so mit Menschen und Sport, wollte ich so, also ging es in so Richtung Trainer, egal. Also komplett andere Schiene eigentlich. Ja, also Musik, geht ja nicht so viel mit Musik im normalen Leben.